Und damit herzlich willkommen bei den Battle Apes. Wir spielen ein Battle, nämlich wie ihr schon seht, am Startbildschirm Chivalry. Mit dabei ist der Apo, gegen den ich duelliere. Hallo! Oder wir duellieren uns, beziehungsweise. Und wir spielen fünfmal drei Runden und drei Runden sind quasi ein Punkt, wer zwei davon gewonnen hat. Und das fünfmal und wer dann mehr Punkte hat, hat quasi gewonnen. Richtig? Genau. Genau. Ein schönes Schlachtfeld. Absolut, ja, das ist schon hoch. Ich bergleite die Brücke runter. Gott, hier bist du ja schon. Ja. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Ja. Das ist ja die Brücke von Rehmagen hier. Oh shit, ich dachte, ich hole aus, alter. Wow. Wow, 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 wow. Das Blut fließt schon. Ich würde sagen, wir schließen Frieden. Zu viel Blut ist geflossen, mein Freund. Wow, meins zumindest. Hau ab. Oh, yes, baby. Oh yeah. Komm her. Jesus Christ. So, aber die Revanche folgt zugleich. So, aber die Revanche folgt zugleich. Wo? Surprise. Hell yeah, motherfucker. Komm her. Ich geb dir. Wow, wow. Das war shit, defack the mother. Oh, ja. Jesus Christ. Was machst du hier vor komisches Stunz? Nein. Oh, das ist schlecht. Oh. War nicht auf dich. Gesundheit. Was? Das klang eigenartig. Du musst aufpassen, dass du dir die Brücke in den Runden aufhälst, du Idiot. Wow. Der hat fucking... Was hat er es gemacht, ne? Jesus, was machst du mit mir? Bist du doof? Mann. Ich nutze meine Umgebung. Der Dreck ist deine Umgebung. Komm her, mein Freund. Ich hab dir gesagt, ich bin richtig, ich bin Meister der Kampfgruppe. Ach, hör auf zu zaubern. Sister, guck dir das an, du bist aber kein Meister der Deckung, würde ich sagen, mein Freund. Fall die Brücke nur runter, du Idiot. Weiß ich runter, keine Ahnung. Das sieht gefährlich aus. Wie so ein suizidaler... Ritter, Alter. Komm her. Nix wird. Oh shit. Die Klinge ging über deinem Köpfchen. Ja. Nope. 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 Jesus Christ. No. No. Geh bitte weg. Jesus. Du blockst aber auch verdammt nochmal. Gut, ne? Komm, sag es, sag es. Nein, das werde ich nie um meine Lippen bringen. Wow. Ich wollte gerade ausrollen. Das ist schade. Das macht Sinn, mein Freund. Komm her. Jesus Christ. No. Wo willst du hin? Komm her. Zur Blutspende. No. Ich hab vergessen zu blocken, mich Idiot. 2-0 für Abbau. Den griechischen Gott. So, mein Freund. Es steht 2-0 für dich. Das ist eine Schande. Komm her. Warum denn? Deswegen gewinnst du nämlich, weil du mal wartest, bis ich hier attackiere und lul... Wow, die Brücke. Yeah, oh shit. Hast du mich jetzt so gut erwischt, ja? Was? Du spielst viel zu offensiv. Das ist richtig, so. Guck dir da an, was ich sonst anrichte, hier. Warte ab, mein Freund. Oh, grad war ich das Schild unternehmen, um anzugreifen, ich Idiot. Es steht immer noch 2-0 für Apo. Gleich 3-0. Shut up. Du demotivierst mich. Ich würde sagen, wir ändern mal ein bisschen die Plattform. Und gehen von der scheiß Brücke runter. Ja? Wo willst du hin? Komm her. Ich nicht. Komm her, mein Freund. Komm nachher. Bist du nicht so athletisch wie ich? Nein. Du hast Glück, sagt er. Du hast Glück. Oh. Shit. Hab ich dich gut erwischt? Verdammt gut. Shit. Oh, ich hätte dich perfekt treffen können, ich Idiot. Oh, hätte ich jetzt geil... Wow. Alter. Nop, 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 nop. Wow, das war knapp. Das war Jesus Christ knapp. Hau ab. Nö. Warum? Jesus. Weil ich abhauen will. Oh, mein Gott, ey. Es steht 3-0 für den. Man muss sagen, die Runde davor habe ich aber gewonnen. Ja, ja. Die Testaufnahme habe ich gewonnen. Ja, die Testaufnahme habe ich gewonnen. Bestimmt. Für die Ehre einfach mal so. Wow. Und da mal abgesehen bin ich auch immer der, der zuerst angreift. Ich bin also, ich bin also der, der Gewinner des Mutes. Keine Ahnung, hab sowas... Oh. Yeah, du bist mir in die Klinge gesprungen, mein Freund. Tats weh im Schritt. Oh, das hat weh. Verdammt, habe ich überhaupt schon mal gewonnen hier? Nee, ne? Nein. Oh, Gott, ey. Ja, hör auf, meine Leichen zu domestizieren hier. Okay, es steht immer noch 3-0 und gleich 4-0, will ich ganz bescheuert anstelle. Jetzt macht's Spaß. Oh. Verdammte Scheiße. Oh, er steht 4-0, Alter. Das kann ich schon lange nicht mehr gewinnen. Verdammt. Du kannst gewinnen, wenn du jetzt 4 Matches richtig gut spielst. Mach ich. Mein Freund, komm her. Wow. Yeah. Verreckt. Yes. 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 Nein. Warte, deine Leiche, wo ist die? Ah. Mensch, Freund, ne? Ja, wer jetzt gewinnt? Gewinnt. Also entweder hast du gewonnen oder ich habe aufgeholt, einen Punkt. Bist du dir jetzt runtergefallen, du Idiot? Nein. Das war gewollt. Nein, ich Idiot, nehm gerade das Schild runter. Ah, Gott. Hör auf. Du könntest dich verletzen. Bin sogar gehandicapt gewesen, ne? Das bist du sowieso. Den Sturz. Oh, fuck. Oh, der hätte für mich finishen müssen, Alter. Definitiv, aber ich war zu weit weg. Oh. Ich bin halt der bessere Kämpfer von uns, von uns zweien. Der Sieg gilt dir, mein Freund. Ja, 5-0. Scheiße. Das erste Battle in unserer Serie gewinne ich, wie es aussieht. Richtig, wir merken uns den Punkt für dich. Und irgendwann schauen wir mal... Ja, ja, ja. Und irgendwann schauen wir mal, was wir mit dem Verlierer machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt drei Duelle in dieser Form. Und wer dann verliert, muss irgendwas machen. Irgendwas. Drei Battles. Richtig. Drei. Drei Battles. Genau. Genau, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr immer einen Daumen nach oben da, damit ihr mehr davon sehen könnt und uns zeigt, dass ihr mehr davon sehen wollt. Folgt einfach unserer Facebook-Seite, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Generell mit ihr Videos, Events und bla 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 und den ganzen Bullshit halt. Ansonsten, Hashtag Team Apo. Und damit verarscht will ich mich. Hashtag Team Loser. Für mich, bitte. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Und tschüss. out. Untertitelung des ZDF, 2020